Hallo zusammen, ich bin Janis Meier, bin 17 und habe hier im August bei Bill & Meier die Lehre als Landschaftsgärtner angefangen. Heute zeige ich euch mal meinen Berufsalltag. Eine von meinen Beschäftigungen ist das Pflege von Hecken. Dazu gehört Hecken schneiden. Wichtig dabei ist, dass wir sehr genau arbeiten und sich mit dem Werkzeug gut auskennen, damit man am Schluss das bestmögliche Ergebnis für den Kunden und für die Pflanzen erzielen kann. Als Landschaftsgärtner gehört nicht nur das Pflege von Pflanzen, sondern auch Neugestaltungen von Gärten und Anlagen dazu. Dafür haben wir viele verschiedene Maschinen, wie zum Beispiel den Bagger. An meiner Lehre gefällt mir, dass man viele Kundenkontakte hat. Hierzu arbeiten wir viel in einem Team. Das macht viel aus. Der Beruf Landschaftsgärtner ist sehr vielseitig und spannend. Es braucht ein gewisses Vorstellungsvermögen, um sich Pläne in einem Kundengarten als Endprodukt vorstellen zu können. Wenn ich am Abend sehe, was wir geleistet haben und wir noch zufriedene Kunden haben, ist das sehr viel wert. Und ich weiss ja auch, warum ich diesen Beruf erlerne. Ich hoffe, dir hat der Einblick in meinen Berufsalltag gefallen. Und wenn es dich weiter interessiert, würden wir uns über deine Bewerbung freuen.